Jo, moin! Wir sind hier im Rüttgener Wald und werden heute den Lehrpfad renovieren. Hier gibt es sehr viele Stellen, die schon sehr marode sind, wie diese Sitzbank. Die werden wir unter anderem auch erneuern. An dem Lehrpfad selber gibt es viele Infotafeln zu dem Schwarzwittgehege im Hintergrund. Und da werden wir Sitzgelegenheiten aufstellen, denn wir denken, dass da Mangelware ist. Wir würden gern der Gemeinde was zurückgeben. Und ja, darum haben wir uns beworben. Und unser Team-Toolbox, so haben wir uns genannt, besteht aus Thomas, Sahin, meine beiden Freunde hier, und Lukas Janser, hinter der Kamera. Hallo! So, was wir hier machen, ist erstmal die ganzen Sitzflächen und sowas. Die werden einmal gehobelt. Die ganzen Sachen hier kriegen neue Tischbeine. Also, das Laub kommt weg und dann geht's los. Auf geht's! Was sollen denn die Leute denken? Ich hoffe, denen gefällt's. Auf geht's! Bis zum nächsten Mal. Jo, die Bank ist jetzt auffällig mit schönem Blick aufs Schwarzwildgehege. Jetzt kommt noch die eine Bank dahinten. Das ist die Bank für den neuen Laubwald, der gerade wächst. Vor letztes Jahr oder so wurde da die ganzen Kiefern und sowas gerodet. Von daher steht halt jetzt ein Laubwald. Da soll halt auch noch eine Bank hin, damit man den Blick ins Tal hat. Das hier sind übrigens diese Infotafeln. Da kann man sich so Informationen über Schwarzwild und sowas holen. Zupassen zu dem Schwarzwildgehege. Das ist ein besuch auf jeden Fall schon mal wert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.